ARD Text im Auftrag von Funk Das ist schon mal was Positives Oh, okay Jetzt bin ich übergespannt Haben wir ein Mirror-Duell? Nein, nein, haben wir nicht, okay Oh, interessant Das ist wirklich interessant Aber künstlich habe ich, ja Und bei dir bin ich noch nicht hundertprozentig sicher Oh, jetzt hast du mit dem Mana Problem Das ist auch schlecht für mich, ehrlich gesagt Hm, schade Sei es drum, dann kann ich halt den Effekt nicht ausspielen Also den Effekt wirken Aber ich habe hier genug Mana Wir müssen dir Schaden machen Hm, nee Hättest du mehr Länder als ich Also hättest du ein Land gespielt, dann Hätte ich mir ein Land suchen können Auch Erstschlag des Ja, auch Erstschlag Auch dort zu Mana Naja Mana hast du zumindest Warte mal, wenn sie... Okay Viel Schaden Frei für dich Nach Hause Oh, Watchman Oh, Watchman, was tust du da noch? Ah, Watchman, tu das doch nicht Mit nur mein anderer Stärke Ah, das war uncool von dir Finde ich nicht schön Dafür spiele ich jetzt was Ultimatives Eine Ebene Oh nein, jetzt habe ich ja Ja, Schlottern Hier, höre ich schon Dieses Zittern hört man durch dein Mikro Ich schenke dir nochmal vier Schaden Kostenlos Hm, ja Ich habe zu viel Mana jetzt Ich brauche gar keinen Mana mehr Okay, du hast dein Mana Das ist nicht gut Was kommt jetzt? Was? Ach du hast das Sliver Deck? Ja Ich war jetzt echt Du hast dein grünes Mana gezogen Oh, Gott Ich war jetzt echt voll der Meinung Dass du das Samurai Deck hast Aber stimmt, der Schock Der ist, glaube ich, nicht im Samurai Deck Der hätte nicht drauf kommen können Hm Doppelschlag-Rerosu Den kannst du doch nicht draußen liegen lassen Das ist doch uncool Glaube ich auch Der muss hier in mich aufgenommen werden Und ein Teil meiner Armee werden Schwupp Jetzt überlege ich Ja, Schock würde nicht reichen Oder ist noch andere Removal Naja Mal sehen, ob es ausreicht Ich bin gespannt Okay, fünftes Mana Immer noch kein Wald Oh, das ist schon bitter Okay Ach du Kröte Ich brauche doch keine Lände Okay Das ist Ja, schlecht Ah, okay Es wird wieder besser Noch mehr Oh, Mann Oh, Mann Schaube Hm Du hast noch sechs Aber kannst du fliegen Oh, okay Du hast noch sechs Leben Gut Dann kann ich Geduldig sein Ich muss nicht angreifen Oder Ich könnte angreifen Ich bin eine Katze Ganz böse Da wird kein Doppelschlag Da wird kein Doppelschlag Habe ich jetzt auch überlegen müssen Doppelschlag Aber nein Der ist stark Schaden wirkt ja vorher Oh, 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 oh Jetzt wird es aber wissen Das ist uncool Das ist aber so richtig uncool Ich bin gespannt Mortman Ich war am Rechnen Du warst am Rechnen Okay Der Rechner rechnet Hm Blöd Du bist ein Geist Naja Nur auf Nummer sicher Nein Du kannst nichts Außer den passiven Bonus geben Ein verdammtes grünes Ein grünes Oh je Oh je Oh je Oh je Oh je Oh je Das ist nicht cool Okay Mana bringt mir jetzt gar nichts Jetzt wird es interessant Ne Müsste ich ja nicht gewonnen haben Also ich würde jetzt behaupten Ich habe gewonnen Allerdings kann da noch viel kommen Das juckt mich nicht großartig Also das Problem ist Die haben kein Trampel Die räumen jetzt zwar bei mir auf Aber sie haben kein Trampel Die Flieger werden mich kaputt Ja genau Und wenn ich die dann der Mensch Ich hatte das der zweite Schlag Nicht auf die geht Das wäre doch schön Dann wäre es ne doppelte Das wäre schon bitter Ah da ist ja eins wieder weg Aber ohne Doppelschlag Wären die schon viel viel Sanfter Aber egal Oh das wurde Das war richtig knapp Also ich hätte nicht lange Ausgehalten Hättest du dein grünes Mana Früher bekommen Ich befürchte Dann hättest du auch gewonnen Hätte hätte Wer weiß es Vielen Dank fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao